Hallo und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von The Eight of Trots in Latin. In der nächsten Folge haben wir einmal verloren, einmal gewonnen. Ich hoffe, wir machen King unseren Siegesserie in den zweiten Teil. Ein hart erkämpfter Sieg. Seid gegrüßt. Erstmal Hallo sagen und gucken, was es so abkommt. Ja. Ihr werdet schmerzen und verzweifeln erfahren. Wenn wir sterben, dann gemeinsam. Stärk, Schwächling. Wir nehmen Sie mit in den Tod. Gebt euch zu erkennen. Ich lebe, um zu dienen. Gebt euch zu erkennen. Gebt euch zu erkennen. Ich brauche nur einen Schuss. Wir nehmen Sie mit in den Tod. Angriff. Tötet Sie alle. Geil. Hat sie verwandelt. Ja, mach ihn ruhig platt. Mir auch egal. Es ist nur einmal kurz gewesen, weil er nicht an der Stelle war. Die Elemente gehorchen meinen Befehl. Die Aurealen verschwenden ihre Zeit nicht mit Stärken. Das ist nur für übergehend. Nur für übergehend. Sie haben nicht getroffen. Die Aurealen verschwenden sie. Das ist nur für übergehend. 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 Ah ja, ok. Lass mich für euch töten! Niemals? Schritt und Schlag! Gut, ihr lernt dazu! So, ich müsste... ...den überholen. Sie haben nicht getroffen! Tötet sie alle! Der Eisproblem würde mich eigentlich... Schmerz und Ekstase! Der Eisproblem fängt mit euch! Aber... ...kriegt gleich ein Frosch! Viel zu einfach! Sie haben nicht getroffen! Angriff! Kniet vor den Heiligen! Zeit mitzukämpfen! Geil, ne? ? 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 Wo brauche ich denn da einen? Also hier... Ich könnte den Eistimon platt machen. Schmerz und Extase! Schmerz und Extase! Schmerz und Extase! Schmerz und Extase! Der hat den Fehler gemacht! Der hat den Fehler gemacht! Der hat den Fehler gemacht! Das reicht mich ja doch gar nicht mal! Der hat den Fehler gemacht! Der hat den Fehler gemacht! Warte auf, befehle! Ihr Tod wird dem Kaiserreich rumbringen. Sie haben nicht getroffen. Das war ein guter Zug. Seid ihr hier um euch zu ergeben oder um zu sterben? Das war ein mega guter Zug. Das war ein guter Zug. Jetzt habe ich verloren. Zeit für die Offensive. Jetzt habe ich ja verdeckt. Man... Ich würde das spielen. Das war richtig schön. War knapp richtig schön. Das war richtig schön. Absolut. In das nächste Game. Ja. 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 Seid gegrüßt! Bin ich hier dran? Ich muss gerade noch was klären. Oh ja, ich tue für neun. Ich erwarte euren Gefehl. Ich bin doch begonnen. Ich schließe mich dem Kreis an. Oh, oh, oh. Die Karte hat sich auch lange nicht. Sprecht, Bürger! Ich höre und gehorche. Fuß! Fuß! Beschützt den Herold! Karte zu flächen! Oh. So, gucken wir mal, lukilukin wir mal, das war da. A. E. A. 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 Das wird mal spannend. A. 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 Beschützt den Herold! Niemand bricht das Gesetz, solange ich im Dienst bin. Sprecht, Bürger! D666 Joll, Beschützt den Herold! Soll ich mal dich reinkacken? Ja. Äther Aureal. Das war mal... Das tat mal weh. Gut, ähm... Oh, das wäre darauf noch geiler. Ist da jemand? Ja, hallo? Beschützt den Herold. Der wird schwer. Aber er hat... Zurück, sag ich! Meine Macht ist unsterblich. Äther Aureal. Boah, hallo. Das könnte mich... Nein, das kann mich auch noch nicht fett machen. Aber er hat neben mir eine Ration gehofft. Ja, geil. Ich wollte vielleicht mal einen richtigen Tracker. Beschützt den Herold! Oh, was ist das? Brot. Euer Schmerz ist so köstlich. Oh, der hat den gleichen Karten. Oh, okay. Aha. Oh, ein Drachtblick. Sklettdrachen. Äh... Eta Aureal. Oh, jetzt können wir mal ein bisschen auftruppen für was ich habe. Ich hab hier ein Wächter. Warte auf Befehle. Hab hier auch Wächter. Auf Eure Position. Sag mir einfach, wen ich verprügeln soll. Jo, machen wir. Ist da jemand? Nein. Aha. Aha. Rivas! Gut gemacht. Wir sind im Vorteil. Ein hart erkämpfter Sieg. Eine ausgezeichnete Darbiton. Danke. Manche sind richtig freundlich. Ähm... Das waren zwei schöne Runden. Wir haben auch die beiden schick gewonnen. Und dann... Ein... Ein... Ein Sieg glaube ich, ne? Die Spieler will nur noch... Okay. Warte... Okay. Ein... Ein Spatt... Äh... Ein Spiel müssten wir noch gewinnen. Ein Spiel müssten wir noch gewinnen. Und dann sind wir Level Up. Und das sehen wir dann in der nächsten Aufnahme von... den Älter ist gelöst. Sie ist so älteres Gold. Sie sind so latin. Und halt! Ciao! Musik Musik Musik